Harpe nimmt seine Katze mit ins Bett, unter einer Bedingung. Harpe Kerkeling, 56, ist zurück aus der Rente. Jahrelang mussten seine Fans ohne ihn auskommen, jetzt hat der Entertainer eine TV-Rolle als der Teufel in Person übernommen, und auch ein neues Buch hat er mit im Gepäck. Pfoten vom Tisch, meine Katzen, andere Katzen und ich erzählt von Harpes Leben als Katzenliebhaber. Warum er gerade diese Tiere so sehr liebt und unter welcher Bedingung seine Katze mit ihm ins Bett darf, verrät er uns im Video. Das ganze Interview von Harpe und Frauke Bei Exklusiv Weekend können Sie am 4. Juli das ganze Interview mit Harpe Kerkeling und Frauke Ludowig sehen. Dort erzählt er ausführlich von seinen neuen TV-Projekten bei Vox und RTL.